Vielleicht fährst du einfach mal vorbei. Im ganzen Land gibt es 510-Tuner, die sich auf verschiedene Ausstattungen bezeichnet haben. Nehme deines Ansatzes, siehst du diese Tuner, aber jetzt hol dir erstmal deinen Straßenflips an. Warten mit Straßenausstattung sind kaum modifiziert. Sie sind für Renten auf normalen Straßen ausgelegt. Die typische 510-Schleuder heben. Geht es um Fahrt, wer durchs Land solltest du die Straßenausstattung wählen. Okay, interessant.